Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute haben wir auf jeden Fall eine neue Spieler Momente Karte bekommen und zwar Banega und ja hier auf jeden Fall erstmal zu der Karte hier die Attributen sehen auf jeden Fall gut aus und werden auf jeden Fall auch wieder beide SBCs hochladen in diesem Video jetzt auf jeden Fall hier die La Liga Methode beziehungsweise die La Liga SBC und dann hier im nächsten Video das ungefähr 5 Minuten später kommt dann auch die andere SBC könnt ihr euch auch noch gerne ein kostenloses Abo da lassen ihr würdet mich auf jeden Fall damit unterstützen und ja das war's nochmal mit dem Video haut rein und ciao